Naja, das ist letztens passiert. So, äh, häusliche Gewalt in der Vorstadt. Laut Mr. Adams wird die Erde in Kürze von einem riesigen Meteor getroffen. Sehen Sie nicht, wie dunkel es draußen geworden ist? Das ist ein Meteor, der die Sonne verdeckt. Und das fallen Steine auf mein Dach. Äh, die sind von dem Meteor. Einer von denen hat mein Küchenfenster zertrummert. Ich muss meine Familie in Sicherheit bringen. Schicken Sie Hilfe! Nope. Und so geht es jetzt weiter. Tag 91, der 13. Oktober, am Sonntag. Sängerin Karen Sparkle kommt nach Freeburg. Dieb zerstört antike Statue im Museum. Und Reisebüro. Einwohner Freeburgs neigen eher dazu, in anderen Ländern Urlaub zu machen. Oh, wow. Was für ein Fakt, Junge. Was für ein krasser Fakt. The Fact. Ich geh mal zur Arbeit. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Huuu. Okay. Heute möchte Truth zuhause bleiben. Denn seine Freundin hatte nen Unfall. Ich sage nein. Und ich hoffe natürlich, dass Percy heute nicht ermordet wird. Warte mal. Ist Percy überhaupt hier drin? In dem Lineup? Nee. Percy ist in der anderen Schicht. Tag Beginn. Denn ich hab den Tag schon wieder neu starten müssen, weil Percy am Anfang ermordet wurde. Und ich will mal sehen, ob ich Percy nicht des Spitzelamtes entheben kann. Denn ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu heikel. Mal gucken. Warte mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Huhu. Schwein gehabt. Kein Tod. Ergebnis der Anfrage. Nice. Gehaltserhöhungen haben wir hier. Ein weiterer Detective. Das gefällt mir sehr. Oh. Tim Luckett. Du bist sowas von drin. Du bist sowas von drin. Du bist sowas von drin. Warte mal. Wo kommst du rein? Äh. Eins. Sieben. Auch sieben. Äh. Lass mal gucken. Warte mal. 300. 200. 100. 400. 600. Du kommst, glaube ich, mal in Schicht B. Tim Luckett kommt in Schicht B. Der sieht doch echt krass aus, Mann. Bin hin und weg. So, dann haben wir hier noch einen freien Polizisten. Der kommt wohin? Clifton Higgins. Heather Griffith. Melissa Spain. Samuel Kane. Die sind alle unspektakulär, finde ich. Ich weiß gar nicht, was das soll, Mann. Ähm. Ich denke, ich nehme sie. Und zwar in Schicht... Ja, keine Ahnung. Warte mal. 215. 170. 190. Schicht A auf jeden Fall. Schicht A. Heather Griffith. Kommen Sie rin. Sehr gut. Das ist toll. Anteil von der Mafia. 4.000. Wir teilen. Dann haben wir hier noch 1.000. Wir teilen. Und dann haben wir hier einen Fahrzeugunfall in der... Beziehungsweise auf der Route 22. Mal sehen. Ein offensichtlich betrunkener Fahrer kam auf die Gegenspur und stieß mit einem Wagen zusammen, der dann wiederum 5 weitere Fahrzeuge rammte. Der Fahrer... Äh. Die Fahrer kamen mit dem Leben davon, sprangen jedoch aus den Autos und begannen zu streiten. Der Konflikt verschärfte sich und die Situation drohte jeden Augenblick zu eskalieren. Ok. Ok. Tommy Everts und ähm... Cook. Und Cooper. Kümmert euch da rum zusammen mit Terturu und dem Mannschaftswagen, denn es ist ganz schön weit weg da hinten. Macht euch mal auf. Ok. Warte mal. Jetzt kommt es nämlich darauf an. Der Spitzel muss nämlich erstmal raus. Spitzel anheuern. Mist. Wie kann ich ihn entlassen als Spitzel? Warte mal. Geht das nicht irgendwie hier? Arbeitsmarkt? Ne. Ähm. Personal. Percy. Percy. Äh. Information. Ich kann ihn nicht feuern. Mann. Spitzel seit September der 20. Mann. Wie kann ich denn den Spitzel entlassen? Ich will nicht, dass Percy stirbt und er wird jeden Tag aufs Neue sterben und ich muss tausendmal neu starten, sodass er irgendwie doch am Leben bleibt. Mann. Naja, egal. Vielleicht kann ich das ja bis zum Ende so durchziehen und Percy wird leben. Verdächtige Person im Wohngebäude. Mhm. Ein Angestellter des Baumarktes, Interhouse, hat angegeben, dass ein verdächtiger Mann namens Autos Adams eine ungewöhnliche Kombination von Waren bestellt habe, die man leicht zur Herstellung von Sprengstoff verwenden könnte. Adams hat ein langes Vorstrafenregister, das auch eine Bombendrohung enthält. Oh. Könnte natürlich jetzt was Ernstes sein an Tanashi, Smith und Forbes. Frauenpower. Ne. Entschärf die Bombe. Gut. So. Verdächtige Person in der Freeburg Grundschule. Ein junger Lehrer hat berichtet mehrere Tage hintereinander, einen verdächtigen weißen Lieferwagen in der Nähe seiner Schule geparkt gesehen zu haben. Immer wenn ich darauf zuging, fuhr der Wagen weg. Ich habe Angst um unsere Schüler. Aha. Könnte auch was Ernstes sein, Murata. Sanu. Reicht. Das reicht komplett aus. Ich meine, wir werden den komischen Typen schon irgendwie fassen, falls da einer sein sollte. Ich weiß nicht. Fahrzeugunfallbericht? Nice. Täter gefasst. War im Ton versehrt. Zivilisten unversehrt. Das ist natürlich ganz klar. Das ist... Sind die verwandt? Cook und Everts? Ich habe keine Ahnung. Schließen. Sehr gut. Ähm. Wir haben so viele gute Polizisten, ne? Ich bin sowas von stolz auf meine Einheit. Was haben wir hier? Ähm. Angriff im Live-Live-Good-Supermarkt. Oh. Die Polizisten nähern sich der Tür des Verdächtigen. Aufmachen. Hier ist eine Lieferung von Interhouse. Ohne ein Wort anklopfen. Aufmachen. Hier ist die Polizei. Das ist das. Ein Mann in einem Schutzanzug eilt. Sobald er die Polizisten sieht zum Nachttisch und spuckt... Ne, sucht hektisch nach etwas. Er spuckt hektisch. Okay. Gut. Eine Waffe auf ihn richten und ihm befehlen sich nicht zu bewegen. Den Raum nach Hinweisen durchsuchen. Den Verdächtigen in die Mitte des Raumes zerren und seine Arme festhalten. Wir machen mal das. 12. 10. Ah. Täter gefasst. Beamte unversehrt. Der hat doch eine Bombe gebaut. Eine Bombe gebaut. Okay. Pass auf. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Musik in unserem Leben. Das ist ein bisschen leise gerade. Lass mal das nehmen. Old Mirkbow Reach. Oh, yeah. Zum Entspannen. Und für die Prise. Mysterium in unserem Leben. Oh, yeah. Was ist das? Livegood Supermarkt. Parkplatz. Fünf Teenager haben einen Mann um Zigaretten gebeten, aber er sagte, sie wären zu jung. Darauf haben sie ihn zu Boden gestoßen und angefangen mit aller Wucht auf ihn einzutreten. Die Bedienung Nicole Shelton sah, was vor sich ging und rief die Polizei. Die sind verrückt. Die werden ihn umbringen. Okay. Ähm. Cook & Cooper. Das sollte reichen. Cook & Cooper. Dann haben wir hier noch einen versuchten Raub im Sugar Daddy Café. Ein Dieb hat sich an einem Taschendiebstahl-Trick versucht, um Sherry Miller ihren Diamantring abzunehmen. Sie spürte jedoch sofort, dass etwas nicht stimmte und hat den Verbrecher in einen schmerzhaften japanischen Würgegriff genommen. Der Hurensohn hat das Bewusstsein verloren. Ihr könnt kommen und ihn verhaften. Okay. Nice. Danke. Geil. Calhoun und Trouve. Kommen und verhaften den mal kurz. Jetzt haben wir hier noch einen Bericht. Guck mal da. Bei dem Fahrer des Lieferwagens handelt es sich um eine weibliche Lieferantin, die während ihrer Mittagspause bei der Schule parkt. Ich habe einen stressigen Job und einen furchtbaren Chef, aber wenn ich die lachenden Kinder sehe, geht das mir besser. Oh. Ob das wirklich falscher Alarm ist? Ich bin mir nicht sicher. Mafia-Auftrag? 18.20 Uhr vorstatt 1000 Dollar. Mäh. Lohnt sich das? Ja. So, pass auf. Versuche ich herauszufinden, wie man den verdammten Spitzel los wird, ohne ihn umzubringen. Mann. Eventuell lasse ich Percy kurz mal in den Sicherheitsdienst überweisen. Ich weiß nicht. Was ist das? Die Teenager schlagen weiter auf einen alten Mann ein und ignorieren den Streifenwagen, der neben ihnen gehalten hat. Die zwei aggressivsten Teenager packen. Jungs, wir haben euch diese Zigaretten hier mitgebracht. Die Sirene anmachen. Boom. Okay. Als die prügelnden Teenager die Polizisten sahen, begannen sie, in unterschiedliche Richtungen davon zu rennen. Clever? Ziemlich clever. Niemand bewegt sich. Dann wird auch niemand angeschossen, dem langsamsten Nachjagen in die Luft feuern und ihnen Befehlen stehen zu bleiben. Ne, pass auf. So, das machen wir. Ja. Täter sind dann kommen. Verdammt. Alle Zivilisten getötet? Na klar. Cook & Cooper, ihr Loser. Na gut. Wir hätten noch jemanden mitnehmen sollen, der irgendwie ein bisschen besser ist als Cook & Cooper. Was? Okay. Versuchter Raubbericht. Kalhun und Truth. Okay. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Das ist ja super. So, was haben wir hier? Massenschlägerei am Brunnen. Ein paar große Männer in gestreiften Hemden sind in den Brunnen gestiegen und versuchen, sich gegenseitig zu ertränken. Kommen sie schnell, bevor sie sich umbringen. Oh, wow. Große Männer. Das ist ein Job für Prado. Ähm. 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 Dama und Forbis. Und Antanaschi. Na? 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 Okay. Mannschaftswagen ist auch unterwegs. Ich meine, das ist direkt nebenan. Verdammt nochmal. Okay. Last Picture Show Kino. Unerlaubte Versammlung. Was ist das? Eine Gruppe von wütenden Frauen haben eine Demonstration gegen den Actionfilm Harte Weiber 2 organisiert. Sie fordern, dass die Leiter des Kinos die Premiere absagen. Harte Weiber 2 könnte auch irgendwie was anderes sein. Naja. Ich weiß ja nicht. Murata. Smith. Und Sanu. Guckt euch das an. Harte Weiber 2. He. Das ist echt. Also. Das wäre ein Ding für Brock gewesen. Oder für Purdy. Aber die sind ja beide nicht mehr da. Beide sind ja nicht mehr da. Gut. Angriff. Bericht. So. Tommy hat wieder mal gerult mit Kodou und Megadopoulos. Ist egal, wen er mitzieht. Er zieht alle mit nach oben. Das ist sein Ding. Wunderschöner Tommy. So. Okay. Vergewaltigung in der Vorstadt. Michael May hat ein Mädchen nackt und blutüberströmt herumlaufen sehen und wie es versuchte über den Zaun in einer teuren Villa zu klettern. Sie schrie und rief um Hilfe. Aber dann kam ein Mann aus dem Haus und zerrte sie wieder hinein. Die Nachbarn haben sich noch letzte Woche über lange und laute Partys in derselben Villa beschwert, die dem Saudi-Arabischen Prinzen Malik Kefaya gehört. Oh. Okay. Calhoun. Cook. Cooper Trove. Und Forney. Come on. Alle gehen hin. Massenschlägerei-Bericht. Die Leute im Brunnen hatten nur Spaß. Es handelt sich um harmlose Immigranten aus Russland, die früher als Fallschirmtruppen gedient haben. Für sie ist das Bad in einem Brunnen eine Tradition ihrer Luftwaffe. Okay. Das ist natürlich jetzt unvorhergesehen gewesen. Was zur Hölle? Bombendrohungen. Bombendrohungen. Wir haben eine Bombe. Bombe. Bombenangriff. Bombenangriff. Okay. In der Stadtverwaltung. Unerlaubte Versammlung. Die demonstrierenden Frauen zeigen auf Filmplakate mit vollbusigen Heldinnen in sexuell aufgeladenen und schreien. Sexismus ist eine Krankheit unserer Gesellschaft. Eine der Frauen ist nach vorne getreten und hat einen Stein auf den Leiter des Kinos geworfen, der versuchen wollte mit den Demonstranten zu reden. Okay. Hat jemand eine Karte für den Film übrig? Ich würde gerne reingehen. Die Demonstranten auffordern sich zu beruhigen. Die Frau verhaften, die den Stein geworfen hat. Ne, wir machen mal das hier. Beruhigen sie sich erstmal. Und dann gehen wir alle schön nach Hause. So muss das nämlich sein. Awesome. Das haben wir. So. Bombendrohungen. Bombendrohungen. So. Ein Hausmeister im Stadthaus hat uns wegen eines verdächtigen Mannes im Wartezimmer angerufen. Der zuckt und beobachtet alles aus dem Augenwinkel. Alle. Oh, Entschuldigung. Ja, ich denke, das ist ein Spion oder ein Terrorist. Er ist dürr, hat aber auch einen echt dicken Bauch. Ich glaube. Er hat eine Bombe bei sich. Das könnte durchaus sein, Mann. Ich habe keine Ahnung. Lass mal ein paar Leute hinschicken. Swat. Why not? Ist ja direkt nebenan. Ich meine, das ist kein Weg. Da gehen wir direkt mal kurz hin. Sagen Hallo, Tschüss und auf Wiedersehen. Ne. Die Bombe muss woanders hin. Hell on Wheels Autohändler. Bewaffneter Raub. Erstmal haben wir das hier. Oh, warte mal. Habe ich gerade... Ooooooooooh shit. Enttäuscht. Wir wissen nicht, warum sie das getan haben. Aber wir hoffen, das war ein guter Grund. Vergessen sie nicht. Wir hier... Wer hier ihre Freunde sind. Wir wollen keinerlei weiteren Ärger. Ich habe komplett vergessen, dass die da irgendwas geplant haben. Ich bin dumm. Ähm... Okay. Zwei weitere... Ne. Zwei Männer in Clowns Masken haben eine... Autorausstellung gestürmt und die Schlüssel zu den teuersten Wagen verlangt. Als der Manager zögerte, schossen die Männer ihm ins Bein. Einer der Besucher der Veranstaltung konnte ein Fenster zerbrechen und dadurch entkommen, um die Polizei zu rufen. Okay. Murata, Everts... Kudu, Janu... That's it. Bericht. Ähm... Der Mann hatte keine Bombe bei sich. Er war nur ein ganz normaler Bürger, der wie alle anderen das Warten in der Schlange Leid war. Vergewaltigung. Äh... Gut. Das tut mir echt leid, ey, ne? Ich... Oh. Ich bin so dumm, vor allen Dingen. Die Stadtverwaltung hätte ruhig mal hochfliegen können. Ohne Mist. Gar kein Problem. Alle weg damit. Ne? Alle weg vom Fenster. Oh. Das war... Oh. Neustart. Es wurden mehrere Schüsse aus einem Nachtclub gemeldet. Wir warten noch kurz, denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann schicken wir mal die richtig guten hin. Prado. Andanashi. Smith. Calhoun. Ähm... Adama. Trove. Cooper. Ähm... Swatten. Mannschaftswagen. Let's do it. Wahrscheinlich ist das falscher Alarm, weil irgendjemand krasse Beats irgendwie aufgedreht hat. Was? Kann durchaus sein. Versuchter Autodiebstahlbericht. Detektiv Newberry. Hat ein paar neue Bilderchen. Crazy. Nice. Wir haben drei weitere. Wir haben jetzt sechs, ne? Jupp. Okay, gut. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ungefähr doppelt so viel. Verstärkung. Na klar. Cook und Megadopulos kommen gerne dazu und gucken sich das an und lassen sich abknallen. Warum nicht? Ne? Da haben sie nix dagegen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Das ist der letzte Einsatz für heute. Und dann ist er... Okay. In dem Maskeradeclub tragen alle Angestellten und Besucher Masken und Kostüme. Draußen tanzen die Gäste leise, aber aus dem Gebäude ist klatschen zu hören. Zum ersten Stock hinaufsteigen, um einen besseren Blick zu haben. Tiefer in das Gebäude hineingehen. Die junge Frau im Eichhörnchenkostüm packen. Oh yeah. Ne, wir gehen mal nach oben. So. Die Musik hört auf und ein Schuss ist zu hören. Die Tänzer verfallen in Panik. Ein Mann mit einer Hockeymaske hebt eine Waffe und wirft die junge Frau im Eichhörnchenkostüm zu Boden. Den Mann mit der Hockeymaske verfolgen. Der Frau aufhelfen. Auf den Mann schießen. Ne, verfolgen erstmal nur. So. Der Mann mit der Hockeymaske rennt hinaus auf die Straße, steigt in seinen Wagen und schießt dabei weiterhin auf die Polizisten. Auf seine Reifen schießen und hinter der Tür des Klubs in Deckung gehen. Ja, in Deckung gehen erstmal. Oh, wir haben ihn gefasst. Swat sei Dank, ne? Oh, das ist gut. Das ist super. So, zack. Das war's. Tag ist vorbei, oder? Tag ist vorbei. Tag ist vorbei. Oder auch nicht. Doch, er müsste jetzt zu Ende sein. Nein, Tag. So, Bericht bewachteter Raub. Das haben wir. Guck mal. Beamte unversehrt. Zivilisten unversehrt. Achso, da war noch was offen. Stimmt ja. Schließen und wir beenden den Tag. Mann ey, ich ärgere mich immer noch über diesen einen Auftrag da von Christopher G. Sand, den ich vergessen habe nicht zu betrachten. Ach, du weißt schon was ich meine. Ich meine Bombe-Stadtverwaltung. Warum gehe ich da hin? Bin ich bescheuert? Das ist einfach mal die optimale Lösung für all unsere Probleme gewesen, ne? Weg mit der Stadtverwaltung. Und zwar in einem großen Knall. Das wär's gewesen. Aber gut. Mal sehen, ob das unsere Beziehung zu Christopher irgendwie beeinflusst. Wo wir doch kurz davor sind, ihn zu stellen. Mann, Alter. Das wird heftig. Aber gut. Es geht morgen weiter. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Macht dir noch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Musik Untertitelung des ZDF, 2020